Irgendwie macht es total Sinn, aber irgendwie auch nicht. Wenn man zu zweit ist mit einem Kumpel oder so und man geht auf die Toilette, warum schließt man die Tür ab? Was denken wir denn, was passieren könnte? Ich gehe mal eben auf die Toilette. Hallo? Rutsch mal, ich muss auch kacken. Junge, sag mal. Jetzt hab dich mal nicht so. Ey, weißt du was? Was? Ich habe es dir nicht gesagt, Basti, aber ich liebe dein Dürres. Ey, ich heiße doch gar nicht, Basti. Hallo? Sorry, wusste gar nicht, dass du im Bad bist. Ich habe doch gerade gesagt, ich gehe...